Da sollen wir... Jetzt geht wieder Event. Okay, alles klar. Also, liebe Leute, alle, die gerade einmal bitte wieder Event machen. So. Genau, ich müsste mich ja ganz normal einloggen. Genau, und wir machen jetzt... Alle jetzt nochmal joinen, bitte. Genau, Nicole, ich hoffe... Genau, jetzt müsst ihr aber auch schnellstmöglich alle hier rein. Ansonsten machen wir mal einen TP-All, alle, liebe die schon. Ich mach schon mal einfach... Bin mal so frei, ne? Liebe Regie, Achtung. Ja, man kann schon durch, oder? Man kann doch da durch, das ist immer noch nicht. Nur zurück kann man wieder nicht, das ist klar. Ah, hier ist noch zu. Sehe ich auch gerade. Egal, wir machen mal... Wir machen gleich nochmal kurz, bevor es losgeht, machen wir auch nochmal einen TP-All. Damit wirklich auch jeder mit drin ist. Tjuu, ja. Ach ja, danke, dass ihr so fair seid und wegen Nickel, bis wir ihn noch mit reinlassen dürften. Das ist echt nett von euch. Und, ähm, ne? Aber das schätze ich an den THF dann. Ne, das, ne? Währenddessen... Ich kann's ja einfach schon mal so machen. Ich erklär einfach schon mal das erste Spiel. Ähm, und zwar, im ersten Spiel, ähm, kommt ihr hier in unser tolles Indianerdorf. Und hier müsst ihr eigentlich nur, ähm, einen Weg halt rausfinden. Ja, dieser Weg kann natürlich, ähm... Sag ich dir gleich so gut. Und dieser Weg kann natürlich verschiedene Sachen halt sein. Also es kann ein Gate sein, oder es kann, ähm, ein Loch im Boden sein, oder ein Versteck unter dem Wasser, oder, ne? Also seid kreativ, findet den Ausweg hier raus. Es gibt wahrscheinlich nur einen, ich hoffe zumindest. Es gibt nur einen, ne? Nein, natürlich ist es getestet, ne? Alles bugfrei. Alles gefixt. Nein. So. Gut. Und dafür habt ihr halt sieben Minuten Zeit. Ne, und ich denke mal, das sollte eigentlich verständlich sein. Und die besögnet seit wann bin ich im Land? Ähm, ich bin im Land seit... So... Was ist es heute? Drei, drei, vier Tagen. Müsste das sein. Zwei, drei, vier Tagen. Ja, zwei, drei, vier Tagen auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, jetzt sind wir aber wirklich alle, ne? Und, ähm... Gut. Dann würde ich sagen, nochmal das letzte TP-All. Ne, und dann legen wir auch gleich los, damit wir wirklich hier, ähm, schnell vorankommen. So, kam es? Ja, da kam es. Sehr gut. So. Und jetzt sind wir auch ready. Ne, ist alles ein bisschen lauter. Ich muss, ne, hoffentlich schreie ich euch gerade nicht an. Wenn doch, dann tut es mir leid. Gut. Ansonsten. Würde ich sagen, ne? Ich hoffe, alle Leute sind bereit. Alle Leute sind hoffentlich auch mit dabei, natürlich. Und, ähm, ich würde sagen, natürlich unser, ne, Ritual, was wir natürlich immer machen. Genau. Der Kiki LP macht's vor, macht's ihm nach, ne? Seid ihr bereit? Ein Hashtag ja? Das erste Hashtag ja für heute. Okay. Ja, sieht ja schon mal gut aus. Viel gefeiert? Ne, die besignet. Und, ähm, ich muss, ich bin einen Tag wiedergekommen, muss am nächsten Tag schon wieder arbeiten. Das nach der Zeitumstellung, das war wunderbar. Und, ähm, ich mache jetzt nebenbei noch ne, äh, das erkläre ich dir nachher im Privaten. Das ist, glaube ich, besser. So, gut. Von aus würde ich sagen, die Leute sind bereit. Ähm, ich bin bereit. Und wenn die Regie bereit ist, natürlich, ähm, mein Ding, lassen wir das Spiel beginnen für heute. Und ich wünsche euch natürlich allen viel Glück. Und, ja. Wir schauen uns mal um. Ähm, wollen wir die Leute wieder halb unsichtbar machen? Weil ich denke mal, das ist, ne? Jetzt, genau, jetzt. Ist es schön. Na, jetzt ist hier, einer ist hier noch nicht unsichtbar. Oder sieht der nur so aus? Ach, ne, der hat irgendwie... Äh. Gut. Ja, 400 Sekunden. Und... Ich bin gespannt. Die Leute suchen natürlich jetzt erstmal. Und, aber, ähm, nicht wundern. Wie gesagt, ähm, normalerweise ist es halt so, die ersten Spiele sollten eigentlich recht einfach sein. Ne, ähm, natürlich. Trotz alledem müssen natürlich auch immer irgendjemand ausscheiden. Also nicht wundern. Es kann natürlich nicht jeder weiter ins Finale kommen. Und, ähm, das Ganze wird so circa halt anderthalb Stunden bis zwei Stunden halt maximal dauern, ne? Ähm, ja, so wie immer eigentlich. Also 19 bis 21 Uhr maximal. Und, ähm, ja. Wir tun was wir können natürlich, damit es euch nicht, ähm, langweilig wird und so. Und wir haben heute natürlich auch schon wieder ein bisschen was vorbereitet. An, äh, ihr seht's hier, Energydrinks und so. Gibt's heute natürlich auch wieder. Ich weiß nicht, äh, ein Eis ist jetzt auch wieder, ne, ne, auch ein bisschen blöd, weil bei manchen ist das Wetter nicht so toll, glaube ich. Ha, ich höre hier schon ein paar immer so, wiuu, verschwinden. Ne, also ich glaube ein paar haben den Ausgang schon gefunden. Ja, wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Ich muss hier einmal ganz kurz nur mal was loswerden. So, und zwar müssen wir einmal kurz, so, einmal so. Und dann, und so. Haha, gut. Ach, Mist, jetzt hab ich die Ende... Ach, egal. Genau, los, guck mal hier, die sucht noch. Und bin flauschig, ne? Sucht hier auch, glaube ich, noch. Also, Mr. Bin flauschig, ne? So, und gefeiert hab ich tatsächlich, ja, wie gesagt, nicht, leider. Also, dort schon, aber, ne, also, ja. Hehe. Geburtstag halt. Und, ja. So, ich werde heute kein Energy trinken. Äh, trinken. Was? Naja, das, das kriegen wir auch schon so hin. Keine Sorge, die bei Ian. Gut, huch. Ich, äh, hab, glaube ich, schon gerade wieder den Ausgang gespoilert. Ich hoffe, das war nicht der Richtige. War es der Richtige? Hehe. Ich hoffe mal nicht. Ja, und ansonsten, die Zeit läuft natürlich gegen euch bei jedem Spiel. Und es werden natürlich unterschiedliche Spiele sein. Und, ob du Tipps geben darfst? Ähm, ja, aber, ähm, warte mal noch ein bisschen, auf jeden Fall. Wäre ganz nett von dir, auf jeden Fall. Weil es sind ja noch 260 Sekunden. Also, es sollte noch jede Menge Zeit sein. Und ich sehe auch gerade tatsächlich gar nicht mehr so viele rumrennen, wenn ich ehrlich bin. Also, ein Großteil ist tatsächlich schon durch. Ne, wir schauen uns hier natürlich in unserem wunderschön gebauten Indianerdorf um. Ne. Boah. So, so viele sind hier tatsächlich nicht mehr. Oder habt ihr noch jemanden entdeckt? Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Nein, natürlich nicht. Ich mag das immer nicht so eine Aufrufe, aber, ähm, ja. So, das Portal ist holzig, wird geschrieben. Aha, aha, aha. Ja, ist ja zum Glück wenig Holz verbaut hier. Ne. Würde ich mal sagen. Wie viele Leute sind es noch? Also, es sind noch, ich schätze mal, heute sind es circa round about 40. Ne, die heute mitmachen. Laut der Tab-Liste würde ich schätzen. Und, wie viele gleich noch dabei sind, werden wir in 200 Sekunden sehen. Also, circa in 3 Minuten und 20 Sekunden. Puh, Kopfrechnen for the win. Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, werden wir, was? Moment. Das muss ich nochmal gucken. Werden wir auch mal einen Minigame-Stream machen? Ja, natürlich. Ähm, klar. Sobald ich auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe und sowas halt, was ich mir auch irgendwann jetzt demnächst halt irgendwie vielleicht vornehme, muss ich mal gucken. Ähm, machen wir das auf jeden Fall. Ja, wir machen, wir haben ja auch schon ein paar Badwars-Streams und sowas halt gemacht und, ähm, ich würde auf jeden Fall gerne auch so Survival-Games, Badwars und Blazertag und sowas halt natürlich auch gerne öfter machen. Ne. Das kommt natürlich auch auf euch an, ne. Wenn ihr natürlich zahlreich da seid, dann ist es natürlich auch immer besser. So. 6, 5, 4, 3, 2, 1, und vorbei. Es sind alle durchhöchlich gerade von der Regie, also müssen wir... 31, echt? Also, Bestpixel und Schuh sind gerade ausgeschieden, glaube ich. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht ausgeschieden durch irgendwelche Fehler. So, ansonsten teleportieren wir uns mal weiter. Ja, wir schauen uns hier mal um. Ne, der Nasal ist weiter. Ja, 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 ja. Also, ein Großteil der Leute, natürlich 31 Leute sind weiter. Also, ich denke mal, ja, wir haben wirklich nur 32, 34 Leute oder so tatsächlich. Also, ja, könnte hinkommen. Gut. Ansonsten, ja, nächste Challenge. Ihr habt drei Minuten Zeit, um eigentlich nur... Da drüben ist schon die nächste Lobby, ne. Um diesen Weg hier zu überschreiten, sozusagen, ne. Und da gibt's ja dieses schöne Lied. Dieser Weg wird kein leichter sein. Denn, ne, liebe Regie, das kann's mir einer grad vormachen. Oder kannst du dir grad einer kurz vormachen? Das wär ganz lieb von euch. Denn, ne, diese Spinnenweben da oben, die ihr seht, die hängen natürlich nicht umsonst dort. Huch, ich muss mein Support-Pokémon ausmachen. Ähm, ja. Genau, ansonsten passiert nämlich so, dass ihr halt durch einzelne Blöcke hochteleportiert werdet. Beziehungsweise hochgeschleudert werdet. Ne, und dann natürlich in den Spinnenweben hängen bleibt. Und dann sind drei Minuten, um da drüben hinzukommen. Dann auf einmal doch nicht mehr so kurz. Ja, und von da aus, ich denke mal, jeder hat dieses Spiel verstanden. Zumindest hoffe ich das. Ähm, ihr müsst eigentlich nur in die nächste Lobby kommen und drüben, ja, den Weg erreichen, sozusagen. Und ja, warte mal, ich muss mal einmal ganz kurz, einmal hier, ähm, äh, so, so, Support-Pok. Ja, möchte ich weghaben. Tschüss. So, gut. Ja, und drei Minuten habt ihr dafür Zeit. Und wie immer natürlich ein Hashtag Ja, wenn ihr bereit seid. Genau, darauf habt ihr wahrscheinlich schon gewartet. Ja, das ist klar. Ja, ja, ja. Hashtag Nein, sagt der Pneus Halon123. Alter, was ist das für ein Namen? Nein, so, fuck. Halon. Ja, der Halon123. Hashtag Washtag. Ja, kann sein, dass bei Karo heute Washtag ist. Könnt ihr ihn ja mal fragen. Gut. Von da aus würde ich sagen, ähm, ein Großteil der Leute ist bereit. Ähm, ich würde sagen, ja, die Leute sind bereit, warten natürlich, ich bin bereit. Und die Regie ist bereit von da aus. Lass dieses Spiel beginnen. Und die kleinen Flummis einfach mal aus ihren Löchern raus. Und ja, da seht ihr gerade, ne? Tchut, 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 werden sie gerade erstmal rausgeschleudert. Ein Großteil wird auch gleich nach oben gesteudert. Ja, und wollen auch ganz gerne ein bisschen mit uns abhängen. Ja, so ist das hier. Denn jeden Samstag hängen wir natürlich hier auf unserem Surfer ab. Nein, so musste gerade sein. Ha. Ja, ist ja nicht. Wie gesagt, natürlich, der Elz Lorax hängt da oben rum. Nikkei hängt da auch ein bisschen rum, sehe ich gerade. Muss natürlich auch ein bisschen Glück haben. Aber normalerweise, sag ich mal so, die drei Minuten sind hier eigentlich recht gut, ähm, vergeben von der Zeit her. Also normalerweise, wenn man nicht gerade das Mega-Pech hat und bis ganz nach oben durch die Decke gesteudert wird. Nein. Aber dann sollte man es eigentlich im Normalfall schaffen. Oh. Der Halon muss essen. Eiei. Ja, das tut mir leid. Oder jetzt in Minecraft, das glauben wir. In Minecraft essen? Was? Glaube ich nicht. Verlieren die Essen neuerdings? Achso, okay, Halon, okay, hau rein, guten Appetit. Ich dachte schon, ich dachte schon, der muss jetzt hier in Minecraft essen, das wäre ja auch... Nein, natürlich nicht. Ähm, und dieses Plugin natürlich haben wir auch vom THF-Team halt selber gemacht. Und bisher hat es eigentlich mit minimalen Bugs, wie ihr ja natürlich kennt, ne, auch immer ganz gut funktioniert. So, und ansonsten, ich habe eine Frage. Möchte ich im TS stellen. Ähm, wir werden nachher auf jeden Fall noch einzelne Leute entmuten. Und ansonsten, wenn du eine Frage hast, kannst du es auch gerne immer im Chat irgendwo schreiben. Im Stream oder im Minecraft, ne? In, im TeamSpeak kannst du es auch schreiben. Da kann ich es dir aber nicht versprechen, dass ich das gleich sehe. Weil da müsste ich hier noch ein, das... Naja, ich könnte es gleich sehen. So, FullRiser sagt, lecker Schmecker. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Genau, wir werden nachher noch auf jeden Fall ein paar Leute entmuten. Ne, ähm, dazu kann ich ja schon mal sagen, ähm, die Leute, die nicht entmutet werden wollen, die nicht sprechen wollen, die gerade hier im TeamSpeak sind, kann man ja auch verstehen. Ähm, macht bitte, ähm, euch erkenntlich, ähm, beziehungsweise macht einfach gar nichts, ne? Ähm, die Leute, die entmutet werden wollen, ähm, macht am besten mal einen Punkt vor eurem Namen. Ähm, dann können wir nämlich sehen, dass ihr halt, äh, gerne reden möchtet. Ähm, dazu muss ich natürlich sagen, dass die Stimmen natürlich im Stream veröffentlicht werden und natürlich, ähm, bei YouTube später. Ne, also da nicht wundern. Das muss ich euch halt vorher sagen. Und dann, wenn wir euch halt muten und ihr redet, dann müsst ihr halt natürlich automatisch damit vereint verstanden sein. Das ist halt leider so, ähm, aber, ja. Gut. Ja. 20 Sekunden? Ich weiß gar nicht. Hängt hier noch jemand ab, oder was? Ne? Oh, ich glaube, ich sehe gar keinen mehr. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es sind schon wieder alle durch. Es sind wieder 31 durch, Alter, dann müssen wir heute aber hier mal... Butter bei die Fische machen. Ich gehe mal gucken. Ich glaube, wir brauchen keine Verlängerung. Ach, Richie ist nicht durch. Na gut, dann machen wir mal noch eine Minute. Da sind wir mal nicht so. Ähm, verändert. Huch, wat? Ja. Du leckst gerade ein bisschen, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass irgendwas andere leckt, oder so. Ich leck nicht. Und Flehambre, oder? Oder habe ich... Oder? Flehambre? Ich hoffe, ihr habt den Namen irgendwie einigermaßen richtig ausgesprochen. Und Bestpixel ist natürlich auch am Start. Bestpixel in dunkelrot, Alter. Ich... Auf dem schwarzen Hintergrund dunkelrot zu lesen, ist schrecklich. Oder braun, oder was das ist. Was du für eine Farbe gerade bei mir hast. Eieiei. Ja, natürlich hallo auch an euch. So. Ich... Haben wir die Minute durch? Verlängerung, oder was? Ne, ansonsten würde ich sagen, geht's hier auch gleich weiter? Nero ist mal live. Du hast wahrscheinlich die Frage schon gestellt. Und ich habe es wahrscheinlich wieder überlesen, oder? Kann das sein? Ich gucke noch mal nach. Äh... Ansonsten schreib es einfach noch einmal rein, bitte. Es tut mir leid. Ne? Braun ist Premiumfarbe. Ja, ja, ist klar. Achso, Turbo. Achso, okay, alles klar. Ja, ja, stimmt ja, weil bei, ähm, Turbo kann man ja tatsächlich, ähm, andere, ähm, andere Farben noch auswählen. Nice. Kann ich aber trotzdem nicht lesen, leider. Und Flair-Ambre, ähm, kann man noch mitzocken? Ähm.